Johann Kaspar Zeuss, deutscher Philologe, war polyhistorisch bewandert und gilt als Begründer der Keltologie. Biografie Zeuss wurde in Vogtendorf geboren und sollte auf Wunsch seiner Eltern eine Laufbahn als Priester beginnen. Er entschied sich aber, ein Leben als Gelehrter führen zu wollen. Auf seiner Schule in Bamberg und beim Studium in München entwickelte er ein besonderes Interesse an Geschichte und Sprachforschung. Nach dem Abschluss unterrichtete er zunächst am dortigen Gymnasium. Sein 1837 veröffentlichtes Buch »Die Herkunft der Bayern von den Marko Mannen« brachte ihm den Ehrendoktor der Universität Erlangen ein. Im gleichen Jahr wechselte Zeuss nach Speyer und nahm schließlich 1847 eine Professor wieder in München an. Ab 1842 war er korrespondierendes Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. In Speyer gehörte er 1842 dem Vorstand des Historischen Vereins der Pfalz an und verfasste für ihn die Werke Traditiones Possessionesk, Witzenburgenses sowie die Freie Reichsstadt Speyer vor ihrer Zerstörung nach urkundlichen Quellen örtlich geschildert. 1856 wurde er als korrespondierendes Mitglied in die Preußische Akademie der Wissenschaften aufgenommen. Aus Gesundheitsgründen zog er sich 1848 von der Lehrtätigkeit zurück und arbeitete in Bamberg als Lehrer des Lyceums, blieb aber der Münchner Akademie als auswärtiges Mitglied verbunden. 1853 erschien sein bedeutendstes Werk, die monumentale Grammatike Zeltike, die seinen Nachruhm begründen sollte. Zeuss starb nach längerer Krankheit in Vogtendorf bei Kronach. Nach Zeuss sind in Kronach unter anderem eine Straße, ein Brunnen und das Kaspar-Zeuss-Gymnasium benannt. Auch in Bamberg und Speyer trägt je eine Straße seinen Namen. Außerdem wird alljährlich in Kronach der Johann Kaspar-Zeuss-Preis für besondere akademische Leistungen einheimischer Studenten und Doktoranden vergeben. Würdigung Zeuss war ein klassischer Gelehrter mit breit gefächerten Kenntnissen, wodurch er die Philologie mit der Geschichtswissenschaft und der Ethnologie kombinieren konnte. Seine germanistischen Studien ließen ihn erkennen, dass die keltischen Sprachen durch eine wissenschaftliche Dokumentation vor dem Aussterben gerettet werden mussten. Um an originale Quellen, vor allem in Altirisch, zu gelangen, reiste Zeuss nach Karlsruhe, Würzburg, St. Gallen, Mailand, London und Oxford und fertigte dort Abschriften an. Sein Interesse galt sowohl alten wie jungen keltischen Sprachen und Dialekten. Seine Grammatike Zeltike bewies zweifelsfrei, dass die keltischen Sprachen zur indoeuropäischen Sprachfamilie gehören, und stellte die keltische Philologie auf eine wissenschaftliche Basis. Nach dem Tode Zeuss wurde sein Hauptwerk einer Revision unterzogen und 1871 durch Hermann Ebel in Berlin neu herausgegeben. Im Jahr 2006 wurde zu seinem 200. Geburtstag und seinem 150. Todestag in Irland eine Sonderbriefmarke herausgebracht. Die Stadt Kronach veranstaltete im Juni 2006 in Kooperation mit der Universität Bamberg ein internationales Symposium. Der Nachlass befindet sich in der Bayerischen Staatsbibliothek. Werke Die Deutschen und die Nachbarstämme München 1837 Grammatike Zeltike i Monumentis Vetus Dostis Tamhii Bernike Lingua Equam Britannike Dialektica Mprique Conique Amorike Nezenon Egalike Priske Reliquius Construxit J.C. Zeus Lipschie 1853 50 Fotos Untertitelung des ZDF, 2020